ja jetzt aber hallo ihr lieben christian schenmeier partherapeut und sohn psychologe und ja ich wollte mal was sagen zu dem thema weil ich da gerade wieder was gelesen hatte in meinen kommentaren ich kann mich an meine kindheit nicht gescheit erinnern vorher noch februar geht bei uns die wohlfühlschallenge los ist richtig schöner kurs selbstliebechallenge advance für die leute die es ein bisschen härter mögen und ja gut wisst ihr dass der passive bindungsangst kurs der kommt bald raus aber genau ja mit der kindheit also jetzt natürlich also wenn du dich jetzt an eine kindheit nicht gut erinnern kannst ist jetzt schwer was ich jetzt gleich sage schwer auf den einzelfall ganz allgemein umzulegen weil da muss natürlich mal gucken aber trotzdem wollte ich gerne ein paar gedanken dazu sagen weil das glaube ich ganz ganz wichtig ist und es unterscheiden sich menschen die so ein verlustängstliches bindungsmuster haben plus vielleicht auch und ich dass sie das alle hätten aber manche plus vielleicht auch so eine ja wie man das persönlichkeitspsychologie manchmal sagt negative emotionalität das heißt vielleicht ja irgendwie ein thema mit mal ängsten bisschen depressiv ich weiß nicht was ein bisschen neurotisch manchmal und so weiter unterscheiden sich von auf im zweiten in der zweiten schublade menschen die ja sag ich mal einfach richtig gutes normales elternhaus hatten und in der dritten schublade haben wir menschen die vermeidenden bindungsstil haben die vielleicht manchmal kühl abgegrenzt vielleicht sogar ein bisschen mechanisch vielleicht so ein bisschen wie sagt man schizoid rüberkommen und wenn wir uns die drei schubladen mal angucken zumindest wenn die so einer psychologischen praxis aufschlagen jetzt welcher konstellation auch immer da kann man so feststellen dass diese erste schublade also sagen aber die verlustängstler und was da noch was man da noch mit dazu packen kann dass die häufig eine sehr lebendige erinnerung an die kindheit haben die sehr negativ getönt ist die würden also schnell sagen ja es war ganz schlimm total traumatisch dramatisch und wo man vielleicht manchmal auch sagen könnte wenn die dann vielleicht länger therapie machen oder so dass ich manchmal sagen naja ist ja nicht so dass jetzt nur alles mist war es gab auch schöne sachen aber dieses negative ist sehr im fokus jetzt kann man natürlich immer das kann natürlich gleich wieder diese diskussionen anfangen warum sagst du jetzt ist es nur im fokus ist ja wirklich passiert das ist immer so eine sache und wenn wir jetzt erwachsen sind reagieren wir in unserer psyche auf das was wir abgespeichert haben über unsere kindheit und was jetzt real so war das ist eine ganz andere frage so ne das ist also die wenn ihr mal mit ich habe das auch mit meinen eltern viel gemacht wenn ihr mal mit eltern redet mit geschwistern redet jeder hat eine völlig andere wahrnehmung so genau passiert ist natürlich gibt es vielleicht bestimmte sachen auf die man sich einigen kann ja die und die sind passiert oder keine ahnung ja weiß ich nicht was weiß ich was mal drei monate allein im krankenhaus oder was weiß ich irgendwie solche sachen wo man sagen ja das ist passiert ne oder es hat auch mal handfeste erziehung gegeben ja es passiert aber wie das jetzt genau abgespeichert wird das ist bei jedem unterschiedlich und was relevantes ist wie du es abgespeichert hast so ne und aber ob das jetzt genau so war das ist sowohl wenn man sich an sachen erinnert dass sie vielleicht nicht ganz so dramatisch waren es kann aber auch für immer gleich über die anderen schubladen reden kann auch sein dass dramatische sachen passiert sind an die du dich einfach nicht mehr erinnerst so ne also es kann beide richtungen gehen und ähm ich aus heutiger sicht jetzt mal so rein wie man so will spirituell wird auch sagen ja es gibt keine vergangenheit es gibt es gibt nur das jetzt so ne und es gibt keine zukunft es gibt keine vergangenheit und natürlich kannst du sagen ja aber das ist doch passiert aber wo ist die vergangenheit die ist nicht mehr da ne die ist irgendwo in deinem gehirn sind da irgendwelche spuren aber sie ist nicht mehr da so ne und jetzt kannst du natürlich äh kannst du das was dann deinem gehirn ist kannst du jetzt so oder so füttern ne du kannst es auf so eine drama weise füttern dass du sagst ähm ja es war absolute größte horror kindheit seit jemals seit menschengedenken war meine kindheit die schlimmste überhaupt ähm ja dann dann wirst du diese diese folgen dieser kindheit werden dann größer sein oder du kannst halt sagen ja war scheiße aber letzten endes haben meine eltern äh ihr bestes gegeben wenn das ein satz ist der stimmig ist ne den man überhaupt so sagen kann aber haben ihr bestes gegeben und es war scheiße ich versuche da wie jeder das machen muss ähm ja man sozusagen verantwortung zu übernehmen wo ich jetzt stehe und auch meine eltern irgendwo zu entschulden sozusagen was jetzt nicht heißt vergeben heißt jetzt nicht unbedingt dass man alles abhakt vergisst oder wieder sich verwickeln lässt das natürlich nicht ne aber ja übernimmt für mich verantwortung und ja versuch wie freut ja immer gesagt hat aus äh neurotischem elend allgemein des menschliches unglück zu machen so ne was ganz andere sache wäre ne aber ich würde eigentlich gar nicht so viel reden weil die erste schublade habe ich jetzt aber denken springen wir mal gleich zur dritten schublade leute die er so im bindungsvermeidenden bindungsstil haben die kommen natürlich sowieso vielleicht seltener in der psychologische praxis ich kann das halt viel von äh paar therapien so ne dass die dann da aufschlagen und da habe ich ja auch ich habe so ein paar therapie ansatz wo man äh auch nach dem vorgespräch dann mal zwei einzelgespräche macht und dann fragen wir auch mal bei der kindheit und die dann häufig sagen ähm pff alles super gar keine probleme ähm easy oder auch weiß ich nicht kann mich nie mehr daran erinnern oder keine ahnung ich habe immer äh weiß ich nicht ich habe immer meine puzzles gemacht ich weiß gar nicht genau was meine was waren meine eltern gemacht weiß ich nicht äh irgendwie sind wir groß geworden also sehr äh wie soll ich mal sagen unlebendige ähm aufzählung beziehungsweise nicht aufzählung von sachen wo man so denkt gott war der eigentlich dabei bei so einer einem kindheit oder was oder sie äh also wirklich weiß ich nicht sehr distanziert und wo man so denkt boah wie kann das sein ne ja das ist natürlich auch dann teilweise verdrängung oder ja verpacken in sachen die man also einfach eine andere strategie damit umzugehen alles wegpacken wegstecken ähm irgendwo verkapseln und es hat natürlich seine ganz eigenen probleme äh das kann aber so weit gehen dass auch die kindheit das habe ich auch oft erlebt auch so glorifiziert wird ne ja also mein vater der beste der welt meine mutter die beste der welt alles super alles super uns hat nur die sonne aus dem arsch geschienen alles toll nie probleme äh da kann man als psychologe schon schon fast misstrauisch werden wenn sowas kommt weil jetzt gehen wir mal wieder zurück zur mittleren schublade also menschen die ein sicherungsbindungssystem hatten die die jetzt glück hatten mit mit einer guten äh äh kindliche umgebung ähm äh responsive bezugspersonen feinfühlige feinfühligkeit ist ja so ein wichtiges oder empathie wenn ihr es so nehmen wollt ist ein wichtiges punkt von von eltern wir reden die über kindheit das nämlich dazwischen die sagen nämlich nicht es war alles toll sondern menschen die realistische sicht auf ihre kindheit haben die sagen das war gut gab es ein paar sachen die waren vielleicht nicht so gut aber ende des tages wisst halt wie das leben so ist das ist wie ich neulich schon sagte auf instagram mal scheint die sonne mal schleiter ist und man muss alles besser draus machen und ähm ja ist wie es ist und aber ich bin groß geworden und bin dankbar dass meine eltern mich großgezogen haben und jetzt kann ich ja gucken was ich damit mache aber großen und ganzen gucke ich positiv auf meine kinder das wird jemand tendenziell sagen der bindungssicher ist ne der wird eben nicht die kindheit glorifizieren weil sorry keine eltern äh sollte man zumindest als erwachsener noch glorifizieren weil alle wir sind menschen wir machen alle fehler es kann gar nicht sein dass nichts schief gelaufen ist so ne ähm insofern genau wenn du konnt ihr mal kommentieren wie ihr das so äh seht aber das finde ich eine ganz grobe richtlinie das kann man natürlich jetzt nicht offen wenn jetzt jemand sagt boah ich kann mich jetzt nicht gut erinnern heißt es bin bildungsängster nein aber das sind so allgemeine sachen die jetzt in der wahrscheinlichkeit halt häufiger vorkommen und ich glaube das ist auch ganz wichtig dass sich das mal klar zu machen teilweise diese über dramatisierung der kindheit ähm versos unter dramatisierung ähm und ja und was wirklich passiert ist also es können schlimme sachen wirklich objektiv schlimme sachen passiert sein vor allem subjektiv ist ob es objektiv ist eigentlich auch schon eher falsch weil es gibt ja auch menschen oder kinder die total resilient sind die erleben die grausigsten sachen und tragen nichts davon das gibt es auch irgendwie ne und es gibt menschen die vielleicht von der genetik her auch sehr anfällig sind und ähm ist eigentlich gar nicht so viel passiert und die ist für die einfach alles ganz schlimm ganz schlimm ganz schlimm ganz schlimm aber ja wie gesagt es können jetzt schlimme sachen passiert sein die man allgemein sagen würde ja es ist schon derbe einschnitt und das resultiert darin dass ich das beherrschende thema meines lebens ist was ich schon meine identität eingebaut habe und ähm ja es ist eigentlich ein sehr spannendes und so ich als wenn ich so als partherapeut unterwegs bin dann und diese einzelgespräche mache ist das ist zum beispiel ein eine sache wie man informationen aufnimmt und bindungsstil versucht herauszufinden wie jemand über seine kindheit spricht natürlich nur einen baustein von mehreren natürlich auch so die ganze beziehungshistorie ist natürlich auch sehr interessant ähm aber das gehört eben auch dazu ja soweit ihr lieben dann äh gibt es noch irgendwas genau wenn ihr noch themen habt schreibt mir eine mail über das formular auf liebesche.de und ähm ja wir sehen uns bald wieder ciao wir sehen uns bald wieder